Die Konkathedrale vom Allerheiligsten Namen Jesu ist Konkathedrale des lateinischen Patriarchats von Jerusalem. Sie liegt im christlichen Viertel der Altstadt etwa in der Mitte zwischen dem Neuen Tor und dem Jaffa-Tor an der Stadtmauer. Geschichte 1847 erlaubte das Osmanische Reich der katholischen Kirche, ihre Hierarchie in Palästina neu zu errichten. Die 1872 fertiggestellte Konkathedrale ist Teil des Baukomplexes des lateinischen Patriarchats und damit faktisch dessen Bischofskirche. Aus historischen Gründen hat jedoch die Grabeskirche offiziell den Kathedralrang, Beschreibung, im neugotischen Stil errichtet, hat die Kirche den Grundriss eines griechischen Kreuzes mit einer Länge von 28 Metern und einer Breite von 24 Metern. Das Mittelschiff der dreischiffigen Kirche hat eine Breite von 8,5 Metern, die Seitenschiffe eine Breite von 4,5 Metern. Diese sind mit Emporen überbaut, die Kirche wird von vier Buntglasfenstern verziert, die die Enden des Kreuzes markieren. Drei davon haben die gleiche Form. Das Fenstern über dem Hochaltar stellt den Auferstandenen als Sieger über den Tod dar, die Fenster an der Querachse links die Kreuzigung. Rechts die Anbetung des neugeborenen Heilands durch die HL, drei Könige. Das hintere Fenstern über dem Eingang ist ein großes Rosettenfenster und stellt die Symbole der vier Evangelisten dar, im Zentrum die HL. Schrift Die Kirche hat fünf Altäre, drei größere im Hauptschiff und den beiden Seitenschiffen und zwei kleinere an den Enden der Querachse. Punkt 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 Bedeutung Der lateinische Patriarch von Jerusalem ist das Oberhaupt der römischen Katholiken in Zypern, Israel, Jordanien sowie den autonomen Palästinensergebieten. Die meisten römischen Katholiken in dieser Region sind palästinensische Christen. Derzeitiger Patriarch ist der Jordanier Fuatwal. Emeritierter Patriarch ist Michel Sabah, der erste Palästinenser in diesem Amt. Siehe Der erste Palästinenser in diesem Amt.